So, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Mario Schweiger. Das ist mein erster Podcast, Video-Podcast, Video-Blog, was auch immer. Und ich versuche gerade etwas Russisch anzusitzen, wenn das vermutlich für Österreicher etwas unbequem ist. Willkommen in Chiva, Choresen, Uzbekistan. Im Hintergrund der Sonnenuntergang geht wieder einmal ein sehr, sehr kolder Tag zu Ende. Es sollte mittlerweile schon etwas wärmer sein, als es ist. Es ist sehr weit weg von eigentlich allem. Bukhara, die nächste relevante Stadt, die man als Normalsterblicher vielleicht kennt. Es sollte ungefähr 600 Kilometer weg sein. Nukus, Hauptstadt von Karakal-Bakstan 300. Und um uns herum hauptsächlich nur Wüste. Das Klima ist etwas ungewohnt für Europäer. Es ist nach wie vor sehr kold. Es gehen eisig kolde Winde. Wenn mir meine Freunde und Verwandten in Österreich gesagt haben, es wird bei uns daheim schon etwas wärmer. Was man vielleicht im Hintergrund nicht sieht, seien die Trocken, von denen jetzt sehr viele gestiegen werden. Was man sieht, seien diverse Minarete. Bei anderen kann ich das Besonderste vorstellen. Und ja, wenn das Video beliebt wird, dann wird es vermutlich mehr. Liebe Grüße in die Heimat! Ciao! Das ist Mario 5! Das ist Mario 5! Das ist Russisch! Das ist Russisch! Mein Russisch war gut. Ich wollte das sacrigen Residenzieren. Und ich wollte ihn probieren. Ich bin in der Kirche Ich bin hier in einer kleinen Gastinitze, niedaleko von Stare Gura. Und was muss ich sagen? Objektiv! Ich bin hier in Uzbekistan. Ich bin hier in Uzbekistan. Ich bin hier in 5.000. Ich habe 2.000.000. Ich habe 2.000.000. Mit Italien. Und ich bin hier in Zarmarkand. Ich bin hier in Unkraut. Hallo! Hallo! Hallo, ich bin hier in Austria. Austria? Ja. Austria, Europa. Europa? Europa, ja? Super, ja? Ja? Ja! Das war's. Das war's. Das war's. Ja. Das ist eine große Ski. Ja. Das ist ein großartiges Ski. Ja, das ist ein großartiges Ski. Da. Die sind sehr freundlich. Es sind die freundlichsten Menschen, die in der Nähe auf der Welt bisher begegnet sind. Es ist ein wunderbares, gesegnetes Stück Land und sehr froh, da zu sein. Fotos machen, bevor der Sonnenuntergang verschwindet. Und die stelle der Sonnenuntergang ist auch nicht so. Vielen Dank.